Ja, morgen vom Eis, wir haben jetzt alle Autos aufgestellt, sind von der Garage aufs Eis gefahren. Viele verschiedene Fahrzeuge haben wir hier im Angebot. Das bedeutet, wir haben vom Heckmotor zum Mittelmotor die verschiedenen Konzepte, die wir hier erfahren werden können. Vom Porsche Cayman über Porsche Boxster zum Targa und natürlich im Hintergrund seht ihr schon unsere grauen Mäuse, unsere GT3s. Ausgestattet sind natürlich alle mit Spikes, rund 500 Spikes pro Rad. Das bedeutet rund 2000 Spikes pro Fahrzeug und die braucht es hier auch. Auf Schnee und Eis braucht es die Spikes, weil sonst geht es nur um Kreis. Ein bisschen Traktion oder für ein bisschen Traktion haben wir natürlich gesorgt und deswegen brauchen wir hier die Spikes. Ja, ihr seht das, Gäste sind gerade angekommen und geht jetzt los. Heute natürlich ein bisschen bedeckt vom Schnee und die Sichtverhältnisse sind ein bisschen diesig. Sonne fahren wir natürlich lieber, aber wir fahren auch wenn es schneit. Also kein Problem, Hauptsache kalt und wir haben alle Spaß bei der Sache. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020